Hallo und herzlich willkommen bei wetter.net. Wir haben heute den 21.12.2012 und wie Sie sehen, sind wir alle noch da. Noch, es kann ja vielleicht noch was werden mit dem Weltuntergang, aber mal abwarten. Aber immerhin der Winter, der hat sich noch einmal zurückgemeldet. Er brachte heute Morgen teilweise Schnee bis in die Niederungen und das bedeutete auf den Straßen enorme Verkehrsbehinderungen. Die Schneefälle werden heute auch weiter von Niedersachsen bis nach Sachsen und Thüringen andauern. Bei 0 bis minus 3 Grad kann es dann auf den Straßen ziemlich glatt werden. Nach Westen, da bleibt es mit 6 bis 8 Grad deutlich milder und die Schneereste tauen allmählich ab. Ab und zu fällt hier noch etwas Regen. In der kommenden Nacht, da bleibt die Kälte vor allen Dingen nordostenweit ein Thema. Mit minus 6 bis minus 3 Grad kann es wieder sehr glatt werden. Ab und zu fällt Schnee. Nach Westen hin dagegen mit 4, 5 Grad und ab und zu etwas Regen dann doch deutlich milder. Milder ist auch das Stichwort für die kommenden Tage. Vor allen Dingen schon am Samstag und Sonntag im Westen mit bis zu 12 Grad sehr mild. Immer wieder kräftiger Regen. Das heißt, die Hochwassergefahr, die steigt weiter an. Nur im Nordosten, da kann anfangs bei leichtem Dauerfrost noch etwas Schnee fallen. Aber dann an Heiligabend, da wird es auch im Nordosten Regen geben. Der Schnee, der taut ab bei 6 Grad plus. Und hier entlang des Rheins runter bis nach Südwestdeutschland, da können stellenweise bis zu 15 Grad erreicht werden. Und damit würde an Heiligabend quasi Grillwetter herrschen. Und es wäre sogar noch wärmer als an so manchem Juni- oder Julitag in diesem Sommer. Nun ja, machen Sie das Beste draus. Weiße Weihnachten 2012 wird es im Flachland nicht geben. Nur in höheren Lagen, so ab 800, 900 Meter. Da dürfte wohl die Schneedecke mehr oder weniger überleben. Sonst, da wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten. Auch vom gesamten Wetter.net-Team. Wir sehen uns wieder nach den Weihnachtsfeiertagen, beziehungsweise auch noch mal kurz an Heiligabend, wenn es beim Wetter etwas Wichtiges, Neues geben sollte, wovon ich momentan aber nicht ausgehe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Festtage. Tschüss, bis nach Weihnachten. du hattest die Bah도 nicht weitrodgeriger... Du hattest die Bah Ł 이�市場, Als das je dort consultant war,